Hauptrolle oder Nebenrolle? Tiere oder Menschen? Bier oder Wein? Sport gucken oder Sport treiben? Sprechen oder zuhören? Probe oder Vorstellung? Probe. Komödie oder Drama? Komödie. Goethe oder Schiller? Schiller. Berg oder Meer? Berg. Poesie oder Prosa? Poesie. Espresso oder Latte? Espresso. Pünktlich oder aufletzten Drücker? Pünktlich. Make-up oder Kostüm? Pünktlich oder Kostüm? Üben oder Improvisieren? Üben. Weinen oder Lachen? Weinen. Vergangenheit oder Zukunft? Zukunft. Nachteule oder Frühaufsteher? Nachteule. Süß oder salzig? Salzig. Kalt oder warm? Warm. Fleisch oder Gemüse? Fleisch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020